ja du bist ja eine Aschelache warum soll ich mich verstecken so wie Angst vor euch ja geil Waffenhinter ist auf meiner Seite ich hab keine Chance gegen mich okay überdenke meinen Plan nochmal da Moment ich hab keinen Plan lol fail u ah das ist Plan F ich hab keine Chance gegen mich ich hab keine Chance gegen mich nein ok Plan S schwimmen ahhhh ja ja look at me now ja aber wenn die Freeplay Tages wirklich korrekt angezeigt werden ist halt ja nicht wirklich viel ja ich hab ja auch nicht wirklich viel gemacht ich hab ja auch nicht wirklich viel gemacht ich mein ich hab seit einem ah was weiß ich 12 maximal paar Viecher hochgesprengt ja ui toll auch wenn ich hier am Hafen mir zugegebenermaßen ziemlich ziemlich gründlich war ah teilweise und Videos die ihr ja gesehen habt ohne Kommi man nicht teilweise aber auch ja das wird man da wohl also er kann ja von Stab zu Stab springen Hoch mit dir! Schöne friedliche Musik Schade, schade, dass ich keinen Sniper habe Ja, der kann direkt peilen Dass genau hier der Schuss herkam So, ich hab's versucht War da gar nicht so schlimm Hi Ich hab nix gemacht Nö Ich bin hier nur so am Laufen und Guck mir die Gegend an Schade, schade Schade, schade Schade, schade 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 Ein Rennen, oder Ob ich wieder nur Skylar rumkutschiere Ich meine, ich hätte neue Papiere, oder? Schade Ich mein für die, ähm Checkpoint Was gibt's hier? Oh, cool Yay! Hunting Riffle Na, tu mal Du hör mal auf so doof zu gucken Bögeräusmus ist ein Straftat Neuerismus ist ein Straftat Neuerismus ist ein Straftat Ich finde es ja viel lustiger Wenn wir versuchen würden, runterzultern Rechtzeitig Aber die merken es ja nicht Es ist authentisch Es kann kein Erlass sein Ja genau, das war's. Äh, wird das eine ganz miese Falle? Nein, nein. So weit würde ich nie tun. Ja, das ist dieser schmierige Typ, von dem ich euch erzählt habe. Schmieriger Typ. Schmierig. Schmier. Muss gar nicht. Sorry, sorry. Kommst du mir jetzt geiler? Ähm, 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 ähm. Jo. Habe ich irgendwas neues? Nur die alte Scheiße, ne? Ja, ja, ja. Habt. Erst einmal. Ne, jetzt. Dynamit. Mp44. Bye. Carry. Ja komm, ist das egal. Und der zweite ist ne Schrotz. Bye. Bye. Gegen Hunting-Befühl. Tschüss, bro. Jetzt geht's up. Auf Dierka jagt. Oh, wri coordenst du? Schwen, warte. An operative named Pino has secured a German supply truck down at the docks. Without it, you'll be hard pressed to make it past the front gate. Since when are you in my corner where Dierka's concerned? Ich bin nicht. Die Schuld von dir ist verrückt. Aber ich habe gerade dich geschlossen. Und ich bin nicht bereit, dich zu verlieren. Oh, ich bin alle Misti-Oid. Nimm dich ein Arsch. Ich habe dir ein Präsent in dem Truck gelegt. Ich denke, du magst es. Nimm mich nie wieder Psychopath, ja? Nimm mich nie wieder Psychopath. Mit einem geilen Wagen. So weit hier. Great. Tivlin, sie erwarten den Truck in der Stadt. Blatt-Ride-Ride und lass dich direkt in. Ich dachte, du möchtest einen Veränderung von Kleidern. Nicht sehr stylisch, ich glaube. Aber dann war die Veränderung von deinem starken Wagen. Ciao. Skyler. Oh, jetzt geht es mitten um die Nazi-Burgland. Hey, chill mal. Easy now. Wir müssen nicht so verklemmt sind. Ich bin eigentlich gar keiner von, äh, von den bösen, ich bin auch ein Nazi. Sieg heil und so, ja. Okay. Ich schaff das locker. Ja, lass dir was offen. Okay. Jetzt nochmal ohne Nazis quischen. Na, wieso, wie ist sie, wie hier ist jetzt, äh, nee. Na gut. Ja, Plan B. Flüchten. Wann hört der Bass-Alarm denn auf? Oder muss ich den wieder ausschalten mit so einem Button? Puch, schweiß Button. Jetzt sag nicht, ich kann den nicht ausschalten. Kinas. Er sagt. Es ist eine, scheiße. Nein. Oh, nein. Ah. Hier komm ich nicht durch. Was soll ich denn tun, bitteschön? Hier ist ja alles voll mit Nazis. Selbst hier im Arsch der Welt hin. Okay. Okay. Von wegen mal eben so Dierker erledigen, ne? Deshalb Deutschland ausmerzen. Zwei wenige haben wir schon mal. Okay, es wird nicht einfach. Und schon wieder die übelste Ballerei. Aber es ist machbar. Hallo, hallo? Wollt ihr mal auf, mich zu ballern, wenn ich nachladen muss? Wisst ihr, wie asozial das ist? Das ist ausnutzen von Nachteilen. Das ist im Kriegsgesetzbuch nicht erlaubt. Und im Krieg auch nicht. Guck. Du, Sniper, ne? Scheiße. Yeah! Nee, 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 nee. Gar nicht, ah. Das meinte ich. Nein! Nein! Flamm B. Dann halt MP40, wenn die die alle haben. Wieder egal. Und eine Riesenballerei zum Nächsten. Das hab ich mir eigentlich nicht vorgestellt, aber... Naja. Wenn man den Vordermann grasht, ne? Kann passieren. Hallo? Lass das! Lass ihm Steine in Ruhe, der kann auch nix erfüllen. Jetzt sag nicht, hier spawnen hier unendlich raus. Kack, jetzt hab ich so lange Waffen gewechselt, bis ich Spy-Level habe. Ich bin so ein Genie. Oh, cool. Naja. Vermutlich war die Mission so konzipiert, dass ich unbemerkt reinkomme. Die Jäcker kill. Und dann aber auf dem Rückweg hätte Ballerei anfangen muss. Jetzt erledige ich den halt auf dem Hinweg schon. Und kann dann hoffentlich gechillt zurückfahren. Wo? Ne, das geht ohne. Wird viel schwierig. Du! I'm indestructible. Every single enemy will man. Oh fuck, oh fuck. Yeah! Das ist die Vereinigte Sniper-Voradiation hier, ne? Bam! So, ist jetzt mal Ruhe im Karton. Das ist die Vereinigte Sniper-Voradiation. Das ist die Vereinigte Sniper-Voradiation. Egal, scheiß auf die Gäste. Ja, ja, ja. Ihr immer mit eurem Scheiß, ne? Könnt ihr euch mal abgewöhnen? Und was sind das alles für Free-Pay-Targets hier? Kann ich hochtreten? Okay, bevor der jetzt hier auf die Fässer schießt, wenn ich ja vorbei bin... Das macht das eben seltener. Ja, er muss gleich umkommen. So, das war auch die schlimme Nazi-Burg. Wohl vom Stein ist erfolgreich eingenommen. Wohl vom Stein ist erfolgreich eingenommen. Wenn dat noch nicht der Dirker ist. auch eigentlich ist so ein episches Finale eh viel lustiger wenn ich da jetzt außenrum hochkletter und den da mit dem Fäusten erledige insofern mache ich jetzt eben den Ezio auch wenn das ein bisschen dauert komm schon jetzt kann man hier nicht so rum ich hab einen Dirker zu erledigen ganz außenrum oder was ja ja so wird der guten Tag das ist ein Zeichen des Untergangs war jetzt aber auch kein cooler Close Combat Hör bitte auf danke wir haben nicht mal eine besondere Waffe was ist das für ein Scheiß geschehen ok das ist ein bisschen So. Da, tu. Das war nie mein Ziel. Ihr verarscht mich, oder? Ihr habt ihn nicht wahr. Ihr habt ihn nicht wahr. Ich habe ihn nicht wahr.